Musik Ja, herzlich willkommen liebe Leser, liebe User hier in New York auf der Autoshow 2019. Wir haben für euch, ihr könnt es euch schon denken, wieder unsere beliebte, eure beliebte Kategorie. Die Tops und Flops. Deswegen, wie immer, schreibt uns, was ihr von unseren Meinungen haltet, sagt uns, wo es lang geht. Wir sagen euch aber auch, was uns gefällt und nicht gefällt mir, gefällt dieses Auto hier. Das ist ein Konzept, eine Studie von Genesis, der Tochter des koreanischen Autobauers Hyundai. Das Ding hier heißt MINT. Der ist nicht nur MINT, der heißt auch MINT. Und wirklich nach diesem V8 Pick-up SUV-Schock, den ich in Detroit dieses Jahr erlebt habe, freue ich mich über solche Autos. Elektromotor, schön klein und flach, eine wunderhübsche Seitenlinie, kurze Überhänge. Für mich das perfekte Stadtauto der Zukunft. Insofern Genesis MINT, mein Top der Messe hier. Musik So, wir sind jetzt hier am Stand von Dodge auf der New York Auto Show. Und wer meine Arbeit bei der Autobild so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, wird wissen, eigentlich ist das hier genau mein Ding. Ich bin Muscle Car Fan, ein Dodge Challenger, wunderschönes, potentes Auto. Hier sehen wir die Sonderserie Stars and Stripes. Wie erkennt man die? Hier an der Kopfstütze ein Stern, hier Stars and Stripes, die amerikanische Flagge. Das Auto wurde aufgelegt für die Soldaten der US-Army als Hommage. So, ja, weiß ich auch nicht. Die kaufen die Dinger wohl ganz gerne, aber das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Was Sinn machen würde, darüber habe ich aber nichts gelesen, wenn so ein Auto verkauft wird, was knapp 40.000 Dollar kostet, wenn man 10 Prozent spenden würde an die Kriegsveteranen oder die Familien, deren Papa oder wer auch immer Onkel nicht aus dem Krieg zurückgekommen ist. Dann wird ein Schuh draus. Das habe ich nicht gelesen. Deswegen macht es hier für mich überhaupt keinen Sinn. Mein Flop der Messe. Musik Ein Ding wie eine Wanne, ein riesen Schiff von Auto. Und damit kommen wir zum Top der Messe für mich. Das ist jetzt nicht der Lincoln Navigator, weil den kennen wir schon. Das ist die Marke Lincoln an sich und ganz besonders ein neues Modell, was sie hier vorstellen. Warum das Ganze? Weil wenn ich an die USA denke, als Autofan, dann denke ich an Chevys, dann denke ich an Cadillacs, dann denke ich an Dodge, dann denke ich an Riesenautos, die irgendwie einfach mal so richtig Freude machen und wo man sagt, Mensch, da habe ich richtig Bock drauf, mit dem über die Straßen zu cruisen. Jetzt kommt Lincoln mit dem hier. Ich mag das Design grundsätzlich sowieso, aber in diesem Fall ist es auch eine Größe, mit der man in Deutschland was anfangen könnte. Er wird wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen, aber aus meiner Sicht könnte er das. Lincoln macht nämlich genau das, was andere Marken in Amerika eigentlich machen müssten. Sie stellen ihr Design um, sie kämpfen um die Kunden und deswegen würde ich sagen, dieser Corsair ist mein Top der Messe. Musik 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 Jetzt wird es fast ein bisschen dramatisch, traurig muss man sagen an dieser Stelle. Wir kommen zum Flop der Messe aus meiner Sicht und das ist Buick. Nicht, weil ich Buick nicht mag, sondern weil ich befürchte, dass Buick aussterben wird. Wir stehen hier vor einem Opel Insignia mit Buick Emblem. Da drüben steht ein Opel Mokka mit Buick Emblem. Ja, wir haben noch so ein paar größere SUV, die tatsächlich Buick on its own sind, aber GM hat Opel verkauft. Was machen sie jetzt mit Buick? Sie haben keine Autos mehr für Buick. Und das ist jetzt mein Punkt. Werden wir es tatsächlich erleben, dass Buick auch stirbt? Wir haben schon Mercury verloren, wir haben Pontiac verloren, wir haben Oldsmobile verloren, wir haben Packard verloren. Werden wir Buick auch verlieren? Es sieht auf dieser Messe fast ein bisschen so aus. Musik Musik Hi, mein Top der Messe, der Carman King. Ein Wahnsinnsauto, ob er schön ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Hier hat es auch schon mal ein bisschen reingeregnet, aber angesichts der Gesamtgröße ist uns das total egal. Innen wie außen ein Wahnsinnsauto. Es soll nur zehn Stück davon gebaut werden. Kostenpunkt pro Stück zwei Millionen wird gemunkelt. Und der Carman ist einfach nur krass. Innen alles mit Leder ausgeschlagen, schöne Beleuchtungen, Glitzer, Himmel. Fernseher gibt es auch und Champagnergläser. Ich bin gespannt, ob man den jemals bei uns auf der Straße sehen wird. Musik Mein Messeflop, der GMC Sierra Denali Carbon Pro Edition. Carbon wird bei uns eher im Rennsport verwendet, weil es leicht ist, weil es widerstandsfähig ist. Bei einem Auto von zweieinhalb Tonnen Gesamtgewicht sieht man sowas eher selten. Trotzdem werden dadurch 28 Kilo Gewicht eingespart. Passt das zusammen? Detroit Iron und Carbon? Ich würde sagen eher nicht. Hier werden wahrscheinlich viele Leute sagen, oh, das trifft überhaupt nicht meinen Geschmack, dieser Toyota. Und wer hätte es gedacht? Ich bin einer von denen. Das hier ist der Toyota Yaris für den US-Markt. Und es ist sehr, sehr eigenartig, dass hier vorne dieses Toyota-Logo dran ist. Und dann auch noch dieser Grill da unten. Ah, da weiß ich gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall ist das hier eigentlich ein Mazda 2. Und wie lieblos dieser Mazda 2 umgebetscht wurde, sieht man vor allem im Innenraum. Da ist nämlich wirklich eigentlich gar nichts anders. Nur wieder das Logo. Und damit ihr seht, dass ich euch hier keinen Quatsch erzähle, da hinten steht es nochmal dick und fett dran. Das verstärkt hier meine Flop-Gefühle. Und weil ich mit etwas Positivem aussteigen will aus diesem schönen Video, kommt jetzt nochmal mein Top. Und da ist er. Mein Top der Messe. Der Nissan Skyline 2000 GTR KPGC 110. Das Concept Car von 1972 von der Tokio Motor Show. Wer hätte das nicht gewusst. Das ist wirklich Basiswissen. Also, dieser alte Skyline, den finde ich top. Genauso wie den dahinter übrigens. Der ist allerdings ein bisschen jünger. Von 1995. Der GTR LM. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich weiß, das habe ich in Detroit schon gesagt. Beim Subaru 22 B STI. Gran Turismo 2. Da gab es ihn auch schon. Jetzt steht er hier. Und da freue ich mich persönlich immer drüber, wenn man Autos sieht auf so einer Messe, die sonst so im Museum stehen. Jetzt sagt ihr natürlich klar. Alte Autos. Hin oder her. Was ist daran jetzt so top? 1972 hätte ich den Top finden dürfen. Ist immer noch spannend. Aber hier ist was Neues. Und zwar der GTR Nismo. Der hat ein kleines Update bekommen. Die Japaner haben mal wieder an der Technik gefeilt. Haben die Gasannahme verbessert. Haben hier so ein bisschen was an der Aerodynamik getan. 911 GT3 RS lässt grüßen. Radhausentlüftung. Carbondach. Neue Felgen. Also mal wieder muss man sagen. Detailverbesserung. 600 PS leistet er immer noch. Das reicht wahrscheinlich erstmal fürs Erste. Grundsätzlich reift der GTR, finde ich. Ich finde ihn irgendwie mit jedem Jahr immer noch ein Stückchen besser. Mein Top der Messe. Und mir hat dieser Stand wunderbar gefallen. Also es ist wirklich herrlich. Wenn euch auch was gefallen hat, zum Beispiel dieses Video, dann gebt uns doch einfach einen Daumen nach oben. Wir würden uns freuen, wenn wir positives Feedback bekommen. Wir sind keine Roboter. Das dürft ihr nicht vergessen. Okay. Ansonsten könnt ihr natürlich subscriben. Oder ihr lasst einen Kommentar da. Vielleicht sogar einen positiven. Alles klar. Ich verabschiede mich aus New York. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.